Ja, moin moin, Mädels, Junge, Gerds, Alina Romer hier am Start. Ja, ich wollte mich eigentlich nochmal bei euch allen bedanken, die ihr immer so zahlreich bei der Demo mit dabei gewesen seid. Ist nicht immer noch persönlicher, was nicht hat drauf hier, mal wegschwenken hier. Ja, wie gesagt, dafür nochmal vielen Dank. Ich hoffe auch, dass ihr nächstes Jahr wieder zahlreich mit erscheint. Es geht dann nächstes Jahr definitiv weiter. Mit der Sonntagsdemo am, jetzt lasst mich schwindeln, was ist es, der 6. oder 8. Sorry, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls muss es der 2. Sonntag sein. So, da kommt natürlich dann auch noch Video und dann wiederum Flyer. Und das Ganze wird wieder stattfinden, 12 Uhr auf der Vogelwiese. Alles klar, in dem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest, bleibt gesund, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, machen wir gut. Tschö, euer Olli.